Hallo hier aus dem ersten Bezirk in Wien. Ich gehe jetzt gerade zum Rathaus, weil da jetzt gleich die Generalprobe von dem österreichischen Radiopreis, den ich heute moderieren werde. So schaut das hier aus. Das ist so ein Seitentrakt vom Rathaus. Ich finde, dass es von vorne und von weitem ein bisschen Hogwarts mäßig aussieht, aber von da noch nicht. Und hier sind dann auch schon diese Hinweisteile, Radiopreis, bla bla. Meine Moderation habe ich auch schon dabei. Ich habe jetzt auch schnell während der Fahrt ein bisschen was gegessen. Problem ist, ich habe geüschleppt. Schau mal. Da sieht man das. Die Flecken, ich habe gepackt. Da ist, glaube ich, die After-Show-Party draußen. Da gibt es auch Übertragungswagen. So schaut hier der Innenhof aus. Weil es wird nämlich auch im Fernsehen dann übertragen. Und da geht es jetzt 100.000 Stufen darauf. Da oben sind wir dann da. Ich bin schon voll aus der Puste. Schon fast keine Luft mehr da. So, und so sieht das dann hier aus. Dann wird noch schnell herumhantiert. Gleich geht es nämlich los in ein paar Minuten. Ich bin noch nicht ganz fertig. Meine Moderationskarten liegen schon da. Der Andi ist auch schon da. Mit dem moderiere ich das nämlich gemeinsam. Voll nett. Freut mich sehr. Finde ich sehr, sehr nett. Und da sind die Moderationskarten da. Und ich muss was anderes anziehen. Und okay, eigentlich geht es gleich los in 10 Minuten. Ich fühle mich gerade mega VIP, weil ich jetzt gerade mit dem Aufnahmelater hier raufgeführt werde. Der Andi ist auch schon fertig. Moderationskarten. Geschmückt bin ich auch. Los geht's. Ich muss gleich wieder auf die Bühne. Es ist gerade noch Musik. Der Andi tippst jetzt auch ein bisschen was am Handy. Das machen die Moderatoren in der Musikpause nämlich. So, das war's. Voll schön war's. Ich bin auch ganz oft gelobt worden von allen für die Moderation. Jetzt heißt es nur irgendwie nicht runter stolpern. Die Stufen mit diesen hohen Schuhen.